Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 80 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1350 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020